Hallo liebe Pilzfreunde, schön, dass ihr euch wieder reingeklickt habt. Heute ein Video zu der Frage, wie viel Aufwand ist eigentlich so eine Pilzzucht, beziehungsweise wie viele Stunden am Tag bin ich damit beschäftigt. Hier kommt es vor allem darauf an, wie ihr die Pilze züchtet. Habt ihr ein Pilzbeet, dann müsst ihr euch nur beim Anlegen vielleicht ein bis zwei Stunden darum kümmern und dann reicht es, es ab und zu zu wässern. Bei der Indoor-Pilzzucht ist schon ein bisschen mehr Aufwand, da kommt es darauf an, wie stark ihr die Vorgänge automatisieren konntet. Habt ihr die Luftfeuchtigkeit automatisch, das Licht automatisch, dann reichen eigentlich auch ein paar Minuten am Tag. Ab und zu muss man natürlich ein bisschen mehr Zeit investieren, wenn man ein neues Substrat herstellt oder eine Kultur überträgt. Ansonsten sind es eigentlich ein paar Minuten am Tag, in dem man sich darum kümmert, dass die Luftfeuchtigkeit stimmt und dass es den Pilzen gut geht. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Wenn du mehr über das Pilze züchten erfahren willst, abonnier meinen Kanal oder schau auf meiner Webseite von Gino.de vorbei. Ich würde mich freuen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bleibt gesund. Bis bald.